So, das ist der Thomas Limpis Kitt und weil er noch nie Prime getrunken hat, habe ich ihm heute mal das Prime Glowberry mitgebracht. Ich dachte, du sagst jetzt, ich habe aber schon Prime getrunken, nur das kenne ich ja gar nicht. Deswegen habe ich zwei nämlich davon und der Thomas wird sich das jetzt mal reinziehen, bevor ich das dann teste, weil der ist ja hier wegen Umzug und deswegen muss der sich jetzt mal... Hydrieren. Prime Glowberry. Ich muss mich hydrieren. Dann hydriere dich, dehydriere dich so. Okay. So. Zum Wohl. Zum Wohl. So, kleiner Taschenrutscher von zwischendurch. Und schmeckt es? Also ja. Kann man trinken. Wieder einen zufriedener Kunden. Im Vergleich zu den Sotten, die du bis jetzt hattest, ist es besser oder schlechter? Ich sage mal, ein paar Sorten waren halt besser, weil die intensiver nach dem geschmeckt haben, was es soll. Aber das ist jetzt, das schmeckt für mich halt gefühlt nur Standard Kokoswasser. Du weißt ja gar nicht, wie Glowberry schmeckt und was eine Glowberry ist. Deswegen kannst du auch nicht sagen, ist es bestimmt ein Glühwürmchen. Ja, es schmeckt für mich halt wirklich einfach nur nach gefühlt Standard Kokoswasser. Nach Kokoswasser, gut. Na dann gehe ich dann mal rüber und dann probiere ich mal, ob ich ein Glühwürmchen rausschmecke. Danke Thomas für die Rolle und für den Gastauftritt und danke für den Umzug. Und ich hoffe, ich werde, keine Ahnung, noch mehr Prime finden, die ich da aufschwatzen kann. Bis zum nächsten Umzug. Hier sieht es ja viel besser aus von der Belichtung. So, aber jetzt Tasting. So, und das sind wir jetzt angekommen. Nochmal in der alten Wohnung. Wahrscheinlich das letzte Video in der alten Wohnung hier. Also aktuell im Anlass, wo hinter mir schon alles freigeräumt ist. Wenn man hier so zur Seite geht, sieht man, da ist nichts mehr. Nichts mehr. Da steht eine Sackkarre und die Softboxen und den Tisch habe ich mir aufgehoben. Ihr habt Thomas gesehen, wie der Glowberry getestet hat. Der Thomas sitzt jetzt da auf dem Balkon. Er trinkt sein Oettinger Cola Bier, was ein Jahr abgelaufen ist. Das macht da alle Sandra zuliebe, dass man das nicht wegschüttet. Der fand das Glowberry Prime jetzt nicht so besonders. Das schmeckt gefühlt nach nichts. Nur so Kokoswasser, hat er gesagt. So richtigen Geschmack hat er da nicht gehabt. Und er ist absolut kein Kokos-Fan. Fürs Thumbnail halten wir das jetzt erstmal so rein. Sieht bestimmt wieder total behindert aus. Ich hatte auch eigentlich zwei Flaschen, nämlich Thomas seine und meine. Aber die leere habe ich jetzt nicht dabei. Da rasten sie wieder aus. Sie wollen meinen Prime Mausen. Und deswegen, das ist die erste Flasche, die ich jetzt auch testen werde. Die nicht diesen normalen Boden hat, wie bei uns in Deutschland, wenn du nicht was kaufst. Sondern diesen hässlichen Boden, der hier so nach innen geht, wie so ein Schälchen. Finde ich leider nicht cool. Das habe ich auch irgendwie im Internet gehabt. Da ist extra hier dieser Pfandsticker drüber geklebt. Und steht da überhaupt was auf Deutsch drauf? Ich weiß es nicht. Sonst ist ja direkt die Sorte nochmal beschrieben. Hier sehe ich jetzt Englisch. Englisch hier, Englisch da. Hier drüben was anderes. Aber das, was man sonst hat, das dann nochmal auf Deutsch kurz nach was zusammengesetzt ist und wie der Geschmack sein soll, finde ich hier nicht. Ich habe also nur die Angabe Glowberry und dann ein Baie-Luminoise. Glowberry-Baie-Luminoise. Was das genau ist. Aber davon gibt es so viele verschiedene Flaschen. Es gibt die UK-Variante. Es gibt die US-Variante. Es gibt die Rare Edition. Es gibt die Ultra-Rare Edition. Es gibt die holographische, alles Mögliche. Wir wollen die jetzt auch testen, nachdem Thomas die getestet hat. Was für eine Ehre eigentlich, dass Thomas die testen konnte. Das weiß er gar nicht, wie brutal das ist. Auch wenn es gar nicht schmeckt. Trotzdem. Rieche ich mal kurz. Es riecht für mich sehr fruchtig auf jeden Fall. Wir nehmen einen ganz kleinen Hieb mal aus der Flasche. Kann ich irgendwie nicht zuordnen. Schmeckt für mich aber nicht nach Kokoswasser. Schmeckt auch wieder einfach irgendwie sehr fruchtig. Ich habe es glaube ich jetzt auch gar nicht geschüttelt. Ich habe das erste Mal gesehen, dass es da unten drauf steht, dass man das normalerweise schütteln soll. Wir füllen das jetzt also hier ein. Es hat auf jeden Fall eine Kokoswasserfarbe. Das passt. Das sieht genial aus. Ich finde es schön gekühlt. Jetzt nach so einem brutalen Umzugstag immer noch. Doch ist das gerade eigentlich ein Genuss. Ich bin sehr überrascht. Die letzten Sorten, die ich so probiere, sind gefühlt immer sehr fruchtig. Irgendwie angenehm für mich. Und halt auch ohne diese Kohlensäure. Das kratzt dann auch nicht im Hals. Aber wenn du so ein ganzes Glas trinkst, ist es bestimmt noch wieder zu viel. Wir testen mal kurz das Glas. Gucken mal, wie sich der Geschmack verändert. Ich sehe, das Glas ist beschlagen. Und ich habe jetzt irgendwie so einen Geschmack, wie als hätte ich einen Chupa Chups Lutscher gehabt und würde da dran rumschlecken. Und der Mund in die Zunge wird so ein bisschen süßlich. Aber welche Sorte jetzt genau? Wie ein Erdbeer. Chupa Chups. Es kann doch nicht schon wieder Erdbeer sein. Hier ist was. Warte mal. Hier steht ein Ingredienz. Water. Kokonut. Water. Water. Dida Do. Citrit. Esit. Anderes Zeug. Ich finde aber irgendwie keine Fruchtangabe oder irgendwas. Gam Arabic. Arabischer Kaugummi. Das ist also die neue Sorte Glowberry Gum Arabisch. Also ich finde es gut. Also die ist sogar, glaube ich, hat mir jetzt noch besser geschmeckt als die FC Bayern München Edition. Und gibt es bei uns wahrscheinlich gar nicht. Müsst ihr euch immer irgendwo einfliegen lassen. Deswegen. Ja. Habt ihr schon mal Prime probiert? Schreibt es mir in die Kommentare. Fand ich gut. Würde ich nochmal trinken. Obwohl ich die anderen Sorte nicht so mochte. steigert es sich langsam. Also es gibt meiner Meinung nach plötzlich immer bessere Editionen. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Ah. Euer Ramses. Das war der Abschluss. Ciao. Ciao.